da machen wir die flashlight an hier das ist aber schön hier jetzt nur mal gucken ach du alter er kam gleich der wurf an und dann kommt er ist ja noch so ein mieser fetter ist nun gefallen noch lebe ich aber aber der ist jetzt platt nacht ja alter ja dieser scheiß hund der geben wir auch im sack vorsicht granate granaten sind manchmal echt gold wert ja er hat sich genau auf die granate geworfen vorsicht granate oh nein ich habe aus versehen noch einen geworfen das wollte ich gar nicht nicht stimmt ich habe es doch gerade so gesehen aber passt schon mal gucken drehen wir hier mal schön am rad sondern nummer eins das war jetzt richtig ne ich habe musste nur drehen ja liegt nur eine münze rum ich muss man auch um kasse ich kommt das müssen wir zerschießen hier ok alles klar alter ja ja noch umgeworfen ja doch mein schweiz reift alter fliegen die körperteile rum auch ganz schön viele hier liegen sogar noch münzen rum dann nehmen wir die doch mal mit die schönen silberlinge so als die frage wie wir dahin kommen ne oh kiste aber kann man nicht öffnen ne ok ich drehe ja super 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 Du willst jetzt nur noch die Pistole benutzen? Alter Alter, was explodiert denn hier die ganze Zeit? Ich will auch nicht, die gehen voll ab hier Will ich dich wiederbeleben irgendwie? Nee, irgendeiner von uns wird Da, jetzt bist du wiederbelebt Okay In deine Richtung Oh, scheiße, you have died Oh, krass Aber das waren auch echt viele Ich weiß doch gar nicht, was die ganze Zeit explodiert ist Haben die Granaten geworfen oder waren das diese Fässer? Ich weiß auch nicht, weil Das ging ja die ganze Zeit nur Bam, 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 bam Okay, wieder ein 0 von 4, 8, scheiße Das hätten sie uns ja mal lassen können Oh nein Und jetzt habe ich auch keine Munition Kann man eigentlich an seine Waffen Flashlight oder so? Warte mal, ich gucke mal kurz Ob man seine Waffen mit Flashlight ausrüsten kann Ähm Ich gucke mal, ob ich schon weitere Abilities Freischalten kann Oh Gott Oh, scheiße Was geht schon los, ne? Ja, ja Ich war die ganze Zeit im Menü Und wollte meine Abilities irgendwie verteilen Also meine Fähigkeitspunkte haben Ja, ich habe jetzt nur Pistole, ne? Echt? Ich habe Maschinengewehr, habe ich auch Ach, geht das wegen deiner Flashlight nicht, ja? Genau Aber wieso geht das bei mir? Das ist ja komisch Ja, die Uzi ist bei mir leer Ah, okay Das war dumm Aber ich gucke mal, ob ich noch eine werfen kann Oh, da sind die Typen sind aber Schmutz, ey Das gibt es auch nicht Ah, scheiße Nur nach oben krabbeln Ich krabbel mal in deine Richtung, ne? Ja, das wäre super Ah, du bist, äh, bist du um, oder? Ja Weil ich Es sind zu viele Und ich kann die nicht mit Pistole bekämpfen Ich brauche Licht Ja, ich glaube, ich bin gleich tot Okay Shared life lost Aber du bist ja wieder am Leben Mhm Ist doch gut Ja, das ist das Coole, dass wir, äh Ah, hier, genau, hier können wir schön looten Ja, das ist das Coole, wenn man jetzt die Leben eingesammelt hat, irgendwie, ne? Mal halt nur gucken Ja Das war aber auch unser letztes Shared life Mhm Ich finde, ich finde auch echt keine Munition für diese Das ist echt übel, ne? Weiß nicht, ob hier rechts noch was rumliegt oder so Da liegt ein Rucksack neben der Kiste, kannst du Ist da nicht Munition drin? Das ist kein Rucksack, das ist Armor Ah, okay Hast du eine Schutzweste, ne? So ähnlich Genau Ja, guck du erstmal, dass du da looten kannst Ich glaube aber, da behindern wir uns nicht Ah, okay Ist auch noch eine Kiste So, Armor ist full, sagt er hier Oh, jetzt hab ich da ein bisschen Munition für War das gut Hier ist jetzt ein grünes Gas Oh, ja Ist ein grünes Gas, da kann ich nicht rein Das ist egal, wir können ja erstmal den hier unten, wo wir gerade waren Machen Und dann kommen sie wieder alle Ich bleib mal hier im Licht, weil ich sonst Oh Scheiße Alter, der war auch vor einmal vor meiner Nase, dieser Terminator Der sieht echt aus wie so ein T-800, ey Ja Oh nein, ich bin schon wieder umgefallen Oh So, du bist, äh Du bist ja auch fast down Ja Ja, ich bin auch platt Alter, das ist harter Level, ne? Ja, vor allem, weil man jedes Mal, wenn man anfängt, dann keine Munition hat Genau, das war richtig scheiße Mann, 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 er Jetzt klappt das bestimmt Ja, ich denke mal auch Mit der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben Auf jeden Fall Alter, was ist das denn bei einer? Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, die fahren jetzt hier mächtig auf Oh, hinter uns ist ja auch so ein Typ Alter Wo kommt denn der her? Das ist der Typ, den ich meine, der Aua, der aussieht wie so ein Terminator, ey So, den haben wir platt gemacht Haben wir ihn weg, ja Hm Hier sind auch Gas, äh, Gaskanester, die können wir auch öfter mal abschießen, wenn's geht Ja Wenn die richtig stehen, aber Das stimmt Alter, meine SIS will looten und der haut auf Da kommt ihr einen drauf, ey, das gibt's doch nicht Granate Oh nein Was geht denn? Nein Gerade, warum kommen die denn jetzt hier um die Ecke? Sind die bescheuert, oder was? Man, man, man Die haben ja Geduld, ey Oh, jetzt hab ich mich selber weggeschränkt Das ist Granatenkrallen voll ab Hm Scheiße Der Sack hat mich platt gemacht Schlimm ist, wenn du tot bist, hast du keine Lampe, ey Siehst du nix Ja, man kann so ein bisschen nach dem Dingens laufen Nach der Karte Ich muss mich jetzt auf deine Lampe verlassen, ich hab wieder keine Munition Oh, hier gibt's ne fette Rüstung Oh, sehr gut Ich sammle dir auch erstmal alles ein Okay Da ist mal das Rad fertig hier Oh, wer ist? Ich habe jetzt nicht verstanden, ich hab das geholfen Okay, der erst wird die Maschinen verletzt, dass die Maschine nicht verletzt wird Also, ich habe das geholfen, ich hab das geholfen Oh, ich habe das geholfen, ich habe das geholfen Ich habe das geholfen, ich habe das geholfen, ich habe das geholfen Oh mein Gott Alter Was stimmt denn mit den Typen nicht Oh Gott, wie viele Ja, das ist unglaublich So voll die Endzeitstimmung, ey Ich krieg's hier Explodieren diese scheiß Fässer nicht Ich versteh's nicht Ja Ich hab eben erstmal schön die roten Fässer platt Äh, ich hab eben erstmal schön die roten Fässer platt Äh, angemacht Ich weiß gar nicht, wo du bist Oh, ich mach dich platt Ja, ich mach dich auch gleich platt Ach, hier bist du Ich bin ein bisschen gesprort Diese alten Fässer explodieren überhaupt nicht mehr Ich hab diese roten genommen Also diese Gasflaschen Die explodieren ganz gut So, da waren wir ja schon bei Alter, wir haben erst einen Ja Komm Mir vor, als wären's schon 10, oder Okay Ja, das ist schon hier Ein harter Level, ey Nur schön einsam in die Münze hier Jawohl Dann kommen die jetzt gleich wieder So, du bist da hinten Dann komm ich mal zu dir Alter, die kommen da aus den Löchern gekrochen Alter, wie viel sind das denn Warte mal Zieh dich mal zurück Ich schieß mal auf die Fässer Ah, alles klar So, der hat Einen richtig offensiven Level gebraucht Ja Einen kleinen Angriff Hier ist Gesundheit drin, ne Falls du brauchst Mh, habe ich aber voll Bei mir ist echt Munition das Problem Obwohl ich die ganze Zeit Munition einsammle Und ich hab sogar diesen Perk Dass ich mehr Munition einsammle als sonst Scheiße So, Dieselkraftwerke Können wir nicht öffnen Ist hier noch Kiste ist nix drin Alter, wie viel Alte Fahrräder hier unten sind, ne Ja Was kann ich Warte mal, hier müsste es eine Sackgasse sein, ne Ne, Treppe nach oben Ist hier noch irgendwas zu looten Hier ist ne Box Die geht aber nicht auf Hier ist noch ne, ähm Kiste zum looten Ah ja Aber da gibt's auch meistens keine Munition Hm Gute Münzen Na gut Okay Guck mal, hier ist der nächste Hm Noch Munition, hier gibt's auch nichts Oh nein Die Granate habe ich hier gefunden, sehr schön Das ist schon mal gut Oh, hier gibt's Munition, sehr gut Ah, super Dann drehe ich schon mal am Rad Eigentlich wie immer Das ist noch ein Rad, ich drehe mal das hier Okay So, Kiste haben wir auch Ah, jetzt können wir auch die, äh Rechts Warte mal Jo Warte mal Ich hab glaube ich noch ne Granate, oder? Jo Mal T drücken Oh, da kriegen wir fett, äh Leben Oh, das ist gut Sieht ruhig aus jetzt wieder Hm Ich glaube jetzt haben wir alle, ne? Ja Munition gab's auch reichlich Hey Abby Hast du nie mit einem Nazi kennengelernt? Eine Zeit Ich ging auf eine Mission, um einen Nazi-Sympathizer in der FBI Und er hat mich fast töten Meine Mutter war fütig Ich war überrascht Woah Ich bin so schrecklich Oh, eine Kiste unter Wasser. Ja, wir können auch richtig gut schwimmen. Wusste ich gar nicht. Das ist ja mal ein Abenteuer hier. Das ist ja Tomb Raider 3000. Oh, warum ist meine Flashlight aus? Aber jetzt. Jetzt wieder an. Hier ist so eine Kiste. Hier geht's nicht raus. Ah, hier können wir raus. Sehr schön. Oh, Teamarbeit. Das ist doch prima. Yo. Alter, gepackt. Ja. Nicht schlecht. Noch eine kleine runde Hand oder? Können wir machen, ja. Halbes Stammchen noch. Ja. Prima. Dann geht's jetzt ja nochmal nach oben, ne? Ja, ach so. Wollen wir noch zurück? Wir müssen jetzt ja nur noch in die U-Bahn, ne? Ja, würde ich ruhig sagen, das war nochmal, dass er da vielleicht den Speichert. Da tauchen die auch schon wieder auf hier. Warum spawnen die denn immer alle gleich? Mal hier hinten zur U-Bahn. Mh. Halte, sind echt übel drauf, die Jungs. Ja. Aber wir sind ja gleich weg. Mann. Jawoll. So. Dann müssten wir eigentlich, wenn man nach ganz oben ist, Riverside Siegtum District, ne? Das ist die Ursprüngliche, ne? Das kann schon sein, ja. Also ich weiß es auch nicht so. Probieren wir mal. Wizard Location, genau. Dann können wir mit denen da quasi reden, ne? Und. Ja, dann müsste es wieder ein neues Zeug geben. So, so, so. Ah, nee, hier sind wir gar nicht im Hauptquartier, ne? Nee, haben sie nicht. So. Aber ich glaube, wir können hier trotzdem ausmachen, weil... Da müsst ihr ja alles gespeichert haben, ne? Genau. Aber warte mal, ich guck mal kurz, wo wir tatsächlich hin müssen. Katakombs. Ich wüsste auch nicht, wo wir überhaupt hin müssen, ne? Nö. Außer die Mission alle zu erledigen, ne? So. Ich hab gedacht, wir können nochmal zurück ins Revier und mit denen nochmal quatschen über manche Dinge. Ja, eigentlich müssten wir... Ach doch, ich glaube hier, genau. Doch, jetzt, da können wir hin. Ah, okay. Ach so, ich muss ja mal, äh, akzeptieren, dass du mich hier, dass wir traveln wollen. Genau. Das ist doch super. Mission complete. Chemical warfare. Oh, es gibt wieder ganz viele neue Missions. Oh. Jetzt muss man mit ihm hier hinten reden, ne? Und sagen, dass was erledigt hat. Ach, lass mal das Leben holen. Okay. Oh, eigentlich, ja, doch. Ist gut. Ja, share it live ist immer gut. Ja, dann kannst du ihm das erzählen, da. Jo, den hab ich das auch erzählt. Dann kann ich ihm aber auch erzählen, dass das Andrauna gemacht hat, ne? Ah, ne, fuh. So. Was sind die anderen Auszeichnungen eigentlich hier, weil ich so... Das Quest. Okay. Hier, bei der kannst du auch noch einen Quest kriegen hier. Hm. Warte mal. Transmitter, okay. Dann gibt's noch fünf andere Quests. Ja, heftig, heftig. Hier kann man echt auch wieder ein bisschen was einsammeln, ne? Oh, hier kann man ja warten. Oh. Das war schön. Ja, aber sonst, ich weiß gar nicht, sonst kann man ja auch. Genau, kann man noch mal ein bisschen Hand zocki zocki. Ja. So. Und live. Oh, sehr schön. Das nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja. Mal gucken, ob wir das mit speichern. Hm. So, jetzt noch eine Diskette. Abbey to the list. Ah, warte mal. Jetzt kann ich hier Abbey to the list. Daily Pistol Practice. Weekly Replay. Was ist das denn? Kill. Ach so, das ist, äh, Dings. Kannst du hier Übungen machen oder so? Ja. Ja, ich würde mal sagen, ne, reicht, oder? Ja, reicht auf jeden Fall. Schönes Ding. Ja, ist eine Kollektion. Ich bin Konservat VeryКon.